Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Da wir jetzt hier beinahe unsere Dinge erreicht haben mit unseren einfachen Mahlzeiten, da haben wir ja schon so um die 60 Stück, wenn wir unser Limit beinahe erreicht haben, könnten wir einfach mal hergehen und eventuell die leckeren Mahlzeiten wieder aktivieren. Dasselbe machen wir dann auch hier. Aufgaben hinzufügen, erstmal die einfachen Mahlzeiten, wiederhole bis du 70 Stück hast. Die wurden jetzt aber schnell aufgebraucht. Oh, Schiff taucht gleich 100 dazu. Alles klar. So, und dann noch leckere Mahlzeiten. Gerne nach oben. Dann könnt ihr jetzt mal zu dritt kochen. Das waren 40, oder? Ja gut. Links klicken und rechts klicken wir dasselbe. Moment. Ah. Mit SDRG tut man in 10er Schritten hoch. Alles klar. So. Dann kann man das hier auch noch aktivieren. Mal kochen die von mir aus zu viert. Äh, ich meine natürlich zu dritt. Äh, Sam kocht. Natalie baut ne Pappel an. Bin ich jetzt nicht so nett. Äh. Oh, ich hab hier komplett vergessen. Oh nein. Oh nein. Lauf, Robin. Lauf, Leon. Lauf, 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 lauf. So. Ähm. Ihr kommt dann bitte von da oben. So, du hier hin. Sam ballert schon. Genau, blindwütig greif an. Ähm. Du gehst da hin. Äh. Hey, meine Bumalope. So. Bitte mal vor. Ein Schweinchen. Ach ja, du bist. Was soll ich sagen? Ähm. Jemand, der kein Interesse hat. Äh, äh, äh. Wurde ich mal sagen. Wer wurde da umgehauen? Wir wissen es nicht. Timo. Du rettest hier mal Kommissar. Kommissar, wie geht's dir? Hm, in elf Stunden tot. Ähm. Trag die mal weg. Dann gehst du mit hier hin. Dann packen wir die mal ins Kreuzfeuer. Ähm. Ach, guck mal, wer da versucht abzuhauen. Ähm. Bitte mal im Nahkampf angreifen. So. So. Äh, Gabriel, du gehst vielleicht nochmal mit. Äh, ich sagte Gabriel. Ach, der ist tot. Alles klar. Äh, Justin. Äh, retten. Oh, komm mal, du wirst bereits versorgt. Seht das richtig? Äh, ihr könnt auch weitermachen. Oh, Psychoid. Nein, danke. Ich dachte mir doch, da war doch was. Hm. Entscheint mischt. Äh, Justin. Äh, Robin. Ich würde mal sagen, behandeln selbst. Genau. Kappa. Zehn Stunden. Tuna. Ja, gut. Weißt du was? Wir gönnen uns hier Medizin. Sicherheit ist sicher. Ähm. Ähm. Timo. Retten. Können uns ja später noch um andere Sachen kümmern. Sam kocht. Stella schläft. Alles klar. Genau, Robin versorgt. Hier noch alle. Oh, oh. Blindwütig? Nein. Schon blindwütig. Ich halte durch. Oh, oh. Gut. Fressataculada. Ist in Ordnung. So, wie gesagt. Du bist... Äh, Timo. Kannst du hier bitte auch mal retten? Was ist mit meinen Hühnchen passiert? Wissen wir nicht. Ähm. Es ist Natalie. Können ja auf jeden Fall unsere... Guck mal, wir haben ein Ei gelegt. Aber das ist ja schon, wie soll ich sagen, ähm... Naja. Eine Henne haben wir noch. Das ist nicht so toll. Kapandia. Du spielst Hüppstein. Auch in Ordnung. Ich hoffe mal, das Vieh explodiert nicht gleich. Oh, oh. Leute, löschen. Ähm. Leute, wo steckt ihr? Herbert. Ähm. Ähm. Löschen. Ähm. Ja, gut. Ihr dürft gerne mitlöschen, Leute. Ach ja. Na gut, das war's mit meinem Bromalopen, oder? Ähm. Die waren trächtig. Nö. Nö. Und bin wirklich jetzt auch tot. Und eine Sonnefinzense gibt gratis dazu. Ähm. Müsste noch versorgt werden. Ähm. Robin, kannst du das mal bitte hier fertig machen? Oh, Leon kann das auch. Alles klar. Die Qualität ist passabel. So. Stella, du bist auch gleich wieder wach, nehme ich an. Ja. Komm. Ich stehe wieder auf. Jetzt erst mal frühstücken. Und dann mitkochen. Und dann mitkochen. Wenn ihr soweit versorgt seid. Nahrung, 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 Nahrung. Dass wir jetzt alle bis auf Leon schleppen lassen. Äh, Moment hier. Gabriel darf sammeln. Ich meine schleppen. Justin. Darf schleppen. Weißt du was? Das tun wir jetzt mal wieder reduzieren. Wie ganz der Nahrung halt reinkommt. Verstehst du? Äh. Ilkdut schleppen. Lennox kann schleppen. Tuna kann schleppen. Lada kann schleppen. Stella und Sam kochen. Timo kann schleppen. Ja, lass mal laufen. Hier geht's meinem Gefangenen. Every. Verstürzt sich mit Robin und mit Tuna. Das ist doch schön. Hat aber Hunger. Ja. Ah, genau. Bringe essen. Es geht vor. Das hat Vorrang. Schön, dass meine ganzen Kabel hier irgendwie rumhängen. Da, wo sie nicht hingehören. So. Hier wird noch Beerdigung gefeiert. Mir wäre es halt lieber, wenn ihr das ganze Essen reinbringen würdet, Leute. Damit Stella weiter kochen kann. Dann würde ich auch mal sagen. Ähm. Produkts. Ne, ne, ne. Moment. Lager. Mahlzeiten. Leckere. Und die einfachen verbieten wir hier drin. So einfach geht's auch, ne? Hier verbieten wir auch mal die einfachen Mahlzeiten. Sollen ruhig die ganzen leckeren gelagert werden. So, alle sind langsam wach. Ich glaube, das große Geschleppe beginnt bald. Ähm. Den hätten wir eventuell noch retten können. Wie es so aussieht. Äh. Baut komprimierten Stahl ab. Alles klar. Mach das. Äh. Raubtiere. Gibt momentan keine. Ist doch schön. Können wir trotzdem mal die Alpakas, die... Zahm-Tiere mal jagen gehen. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Kommissar ist aber schon wieder halbwegs fit. Ähm. Moment. Lade trägt Reis. Weißt du was? Du tust ja mal putzen, damit sich hier keiner was einfängt. Wunderbar. Guck mal. Dass hier langsam alles auffüllt. Ist doch schön. Was der da schläft und dann wird hier... Du, 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 du putzt hier noch. Ganz genau. Da haben wir schon noch kein Stroh. Alles klar. Müssen wir das ganze Futter von den Feldern holen. Dann klappt das auch. So. Dann würde ich auch mal sagen, tun wir hier mal... ...den Befehl zum Holzacken geben. Ganz genau. Ähm. Ja, Tuna geht es jetzt ein bisschen mies. Warum? Moment. Hier. Jetzt schlag ja gut. Kann passieren. Und Gabriel ist mal wieder verwirrt. Unschuldiger Gefangener gestorben? Was? Avery lebt doch noch. Oder meinst du den anderen? Äh. Du wurdest nicht gefüttert? Du wurdest dafür gefüttert? Bist aber dafür im... ...Dingskirchen? Im Koma? Äh. Robin? Kannst du bitte mal Essen bringen? Ja komm, nehm ne üppige Mahlzeit. Also ne leckere Mahlzeit ist in Ordnung. Steht doch auf. Ich hab dir jetzt alles rüber geschleppt. Sieht fast danach aus, ne? Dann können wir das hier wieder... ...bisschen reduzieren. Dann kann wieder gereinigt werden und so Quatsch. Ähm. Moment. So. Stahl ist hier. So, hier ist die Tür auch endlich fertig gebaut. Wunderbar. Robin füttert Kommissar. Und Leon ist auf einer Beleidigungstour. Und anselnliche Umgebung. Ei, 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 ei. Euch kann man ja auch nix recht machen. Gabriel, ich hoffe du verhungerst mir nicht gleich. Ja, aber deine Stimmung ist richtig im Eimer. Wurde beleidigt. Auch noch stärkere Schmerzen. Hm. Das Holzbein sieht aber noch gut aus. Aber er ist der Anzeichen für einen Nitzschlag. Gut, wenn er umkippt, kann man reinholen. Mhm. So. Äh. Nein. Waldarbeit, Feldarbeit. Herbert. Waldarbeit. Machen wir erstmal Waldarbeit, damit das Holz reinkommt, damit Gabriel weiterbauen kann. Das haben wir ja auch noch bitter nötig, ne? Äh. Oh, kann mal Kartoffeln werden geerntet. Äh. Lassen wir hier erst einen Moment. Kannst von mir aus forschen. Äh. Robin hat einen Wutanfall. Sie jemanden töten. Ein Bettzerstörung aus Uran. Was folgt jemand mit dem Bett? Robin. Ehi. Ehi. Robin. Wo steckst du? Äh. Stella. Kannst du bitte mal... Robin umhauen? Ehi. 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 Nein. Stellar repariert das erstmal. Dadurch geht ja dein... ...Konstruktionskill auch hoch. Äh, Todhenne 1, warum? Wurde zerrissen. Oh. Moment, Justin. Achso, wir haben keine Energie. Das ist schlecht. Ähm. Na, kommt mal, Leute, alle da hin. Stella, hast du dein Bett bald repariert? Wenn ja, dann kannst du dann gleich auch mal Robin retten. Ähm. Angriff. Ja, Timberwolf, schade drum. Ähm, 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 ähm. Lennox, könntest du das bitte noch wegräumen? Ähm, 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 mum. So, Feldarbeit hier drüben. Dann passt halt soweit alles. Ich würde auch mal sagen, dass die Feldarbeit wieder ein bisschen reduziert wird. Ihr beiden Mädels dürft ihr mal ein bisschen schleppen. Weißt du was? Lada schleppt mit. Tuna schleppt mit. Lennox schleppt mit. Timo schleppt mit. Ähm, ähm, trage Kartoffeln. Und Gabriel hat sich beruhigt, wie es aussieht. Ähm, Hützschlag, wie geht's dir da? Gut. Ähm, Timo. Moment, geh mal bitte in dein Bett. So, hier kommt noch eine Fernkampfwaffe. Robin. Du kannst wieder stehen. Ähm, Moment nicht tragen. Ausrüsten. Ähm, wo trägst du das hin? Lagerzone. Alles klar. Wo Justin bastelt. Wir haben bald wieder genug Strom. Na gut, Stella-Zack-Fleisch erstmal hier alles. Das ist gut. Wir haben drei Hühnereier. Unbefruchtet. So, meine Freunde. Aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Miau.